Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal zum Türchen Nummer 5 des Advent of Code Adventskalenders 2022. Heute werden Container verschoben, sozusagen. Wir bekommen also einen Input, wir sehen hier das vorgegebene Beispiel, beziehungsweise habe ich hier auch mal meinen individualisierten Input aufgemacht, weil ich das Gefühl habe, dass man heute anhand des eigentlichen Inputs vielleicht schneller dahinter kommt, was los ist. Das gibt einem, glaube ich, eine bessere Impression. Also, wir sehen hier die eckigen Klammern, das ist alles nur, das ist Ablenkung, das ist Eye Candy. Der Punkt sind die Buchstaben, die übereinander gestapelt sind in den Stacks 1 bis 9. Und hier unten sehen wir Bewegungsanweisung oder Transportanweisung. Jetzt wird hier gesagt, Move 3 from 9 to 4, heißt, nehme 3 vom Stack 9 und bringe sie nach 4. Jetzt sind in der 9 bei mir zufälligerweise gerade genau exakt 3. Das heißt, da wird die S, hier wird S als erstes genommen und da wird S hier bei der 4 aufs Q gepackt. Das G wird aufs S gepackt und das P wird aufs G, aufs S, aufs Q gepackt. Und das war es mit dem Part 1. Die Ausführung ist nicht weiter wild. Die eigentliche Herausforderung, wenn man es denn so nennen will, besteht vermutlich heute wohl eher darin, diesen Input hier vernünftig zu parsen. Sprechen Sie doch heute meinen Source Loader etwas ausladender aus als üblich. Ja, wir sehen hier das Anschauungsbeispiel, die Antwort für Part 1 für das Anschauungsbeispiel, auch schon für Part 2. In dem Input, ob nun das Beispiel oder der tatsächliche Input, hier gibt es mindestens drei, wenn nicht sogar bis zu vier verschiedene Arten von Informationen, die man also beim Parsen unterscheiden muss. Wir haben die erste Information, also die eigentliche Start-Container-Struktur. Die zweite Information ist die Benennung der Stacks. Die potenziell dritte Information ist der Datentrenner, es ist die Leerzeile. Und die dritte oder vierte Art von Informationen sind die eigentlichen Transportanweisungen. Das muss man voneinander also unterscheiden. Entsprechend habe ich hier, ich habe hier meinen Raw-Parser, der durchläuft die Stages 1, 2 und 3. Also ich habe sozusagen meine Interpretation 3 geteilt, hier in der Stage 1. Jetzt muss ich selber mal kurz gucken, ich habe das gestern programmiert. Das darf man übrigens in Python nicht machen. So hier auf einer Zeile mehrere Anweisungen, wir haben in der Vile-Schleife und dann dahinter auch noch den zu ausführenden Code. Das ist in der Python-Community total verbönt. Also bitte nicht nachmachen. Was ist hier? Genau, stimmt. Die Erinnerung kommt wieder. Was ich in der Stage 1 unternehme, ist, ich laufe erst mal vor, bis ich hier die Nummerierung der Stacks finde und dann kann ich nämlich prüfen, wie viele Stacks gibt es eigentlich. Das Beispiel hat drei, jemand individualisiert, der Input hat neun. Das könnte ich natürlich, die Information kann ich auch visuell, kann ich mit meinen eigenen Augen auslesen oder einfach hardcodiert reinschreiben, aber ich wollte das gerne sozusagen automatisiert lösen. Also dieser Code dient einzig und allein dem Sinn und Zweck herauszukriegen, wie viele Stacks gibt es eigentlich. So. Ja, und dazu, das werdet ihr doch ein paar Mal sehen. Ich habe hier so eine Try-Except-Umgebung. Ich gucke nämlich immer, wie oft kann ich irgendwas in ein Integer verwandeln, um zu prüfen, wie weit kann ich gehen. Ich gucke nämlich an J gleich 1, das ist sozusagen hier die eckige Klammer, das ist die Position 0 und das N, das ist die Position 1. Das ist diese Position 1, also die zweite Spalte sozusagen, die zweite Spalte des Textes. Da gucke ich rein. J int gleich 1, int line J. Ich versuche also, den Eintrag in der zweiten Spalte in ein Integer zu verwandeln. So, und das, bei N geht das nicht, bei R geht das nicht, bei J geht das nicht und so weiter. Also ich gehe die ganzen Container durch, bis ich bei der 1 ankomme. Und bei der 1 geht's. Dann weiß ich, ah, jetzt habe ich die Zeile gefunden, die ich gesucht habe. Und dann gehe ich jetzt diese Zeile entlang rüber, von links nach rechts, so weit wie ich kann und gucke, wie lang kann ich denn, bis wie weit nach rechts kann ich gehen und immer noch Integer-Umwandlung durchführen. Also ich kann die 1 in eine Integer überführen, die 2, die 3, die 4, die 5, bis zur 9 und dann dahinter geht es nicht mehr weiter. Da wird dann jedes Mal ein Fehler geworfen. Da kriege ich nämlich einen Index oder einen Value-Error. Die Buchstaben in Integer zu transformieren, gibt einen Value-Error. Und wenn ich versuche hier, wenn ich jetzt hier versuche, rechts von der 9 was umzuwandeln, da ist ja nichts, dann bekomme ich einen Index-Error. So, das fange ich dann alle schön sauber ab. Aber an der Stelle weiß ich dann, lege ich mich hier auf dem Mem ab, wie weit ich gehen konnte, weiß ich dann, wie viele Stacks gibt es also und dann kann ich hier schon mal eine Liste von Listen, von Strings vorbereiten, wo dann die ganzen Container-Informationen reinkommen. Und das passiert jetzt hier in Stage 2. Hier seht ihr dann auch schon wieder Try, Try, Accept. Also ganz viele Try, Accept. Ich würde diesen Parser nicht Zeile für Zeile komplett durchgehen. Die grundlegenden Ideen, die stecken hier oben schon alle drin. Diese Techniken verwende ich wieder und wieder. Hier fülle ich meine Stacks auf und in Stage 3, die letzte Stage, hier hole ich mir die Transportbefehle raus. Allerdings konvertiere ich die auch gleich in ein für mich leichter, verdauliches Format. und zwar in eine Liste mit drei Integern. Und zwar, also ich versuche mir aus Move 3 from 9 to 4, ich versuche 3, 9, 4 in der Reihenfolge rauszuziehen. 2, 5, 2 und so weiter. So, das führt dann hier zu diesem Boilerplate-Code. Und ein bisschen cleverer habe ich das bei Joel Gruss gesehen, könnte man das mit Regex machen. Das war mir auch vorher klar, aber ich hatte meinen Spaß daran, das selber zu durchforsten. Außerdem steht für mich auch noch aus, eines Tages die Regex-Syntax zu lernen. Regex scheint schon wirklich, wirklich, wirklich hilfreich zu sein. Also Regex kann das Ganze hier, glaube ich, in zwei bis drei Zeilen runterdampfen, aber das ist auch okay. Und dann bin ich fertig, dann habe ich meine Stacks, dann habe ich meine Moves und dann geht es auch schon in Part 1, führe ich diese Moves aus. Mehr gibt es an der Stelle nicht zu sagen. Und das führt dann am Ende zur finalen Antwort. Die Antwort, die gesucht ist, ist, wenn all diese Transportanweisungen ausgeführt sind, von links nach rechts gelesen, was ist das Wort, das sich aus den obersten Buchstaben ergibt. Hier wird schön im Detail erklärt. Wenn jetzt hier das Beispiel durchgearbeitet ist, kommt daraus CMZ. Also Wort war jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend. Was sind die obersten Buchstaben von links nach rechts? Das ist, was gefragt ist. Hier ist die Antwort anhand meines richtigen Inputs. Part 2 ist fast identisch zu Part 1. Bei Part 1 hatte ich ja vorhin erklärt, dass der Transportbefehl so zu lesen sei, also bewege 3 von 9 nach 4, dass wir erst S, dann G, dann P bewegen. Jetzt in Part 2 ist es so, dass wir alle gleichzeitig, also nicht erst S, dann G, dann P, sondern wir packen in der Reihung über das Q, P, G, S statt S, G, P. Ja, also statt die alle nacheinander werden sie sozusagen als Block bewegt. Der Part 2-Code unterscheidet sich bei mir vom Part 1-Code dadurch, dass diese Zeile hier wegfällt. Und damit ist dann auch Part 2 gelöst und wir sehen uns hoffentlich wieder bei einem nächsten Türchen. Liked und subscribed gerne meinen Kanal, wenn euch gefällt, was ich mit meinen Videos betreibe. Mein Kanal ist nicht monetarisiert, ich verdiene damit kein Geld, aber ich freue mich über Reaktionen und Input. Vielen Dank und ciao, ciao!